hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video meinerseits heute soll es wieder mal um den m1 mac mini gehen nachdem ich ja jetzt zuletzt ein bisschen pause gemacht habe hier auf dem kanal respektive ja jetzt seit zwei wochen kein video mehr kam das letzte video was ich zu diesem guten stück ja gemacht habe war ja mein fazit nach gut zwei wochen das ist jetzt schon wieder fast ein monat her mag man kaum glauben es ist kein review das sage ich vorweg aber ich möchte eine sache nämlich euch mitteilen und zwar habe ich ja in dem blog den ich gerade angesprochen habe unter anderem mitgeteilt dass ich ja auch diese bluetooth probleme hatte und auch wifi probleme hatte in kombination mit diesen beiden monitoren die ich ja hier bei mir im setup habe das heißt einmal unten ein 4k display und oben ein full hd display und das spielt auch jetzt gar nicht glaube ich zumindest eine rolle was ihr für displays habt wenn ich euch gleich erkläre worum es jetzt hier geht sondern es geht eher um die anschlussart und zwar ist es so gewesen dass ich diesen monitor hier eigentlich was ich jetzt auch getan habe über displayport anschließen wollte das heißt ich habe mir ein usbc auf displayport kabel gekauft hatte den monitor dann so damit verbunden und wollte den oberen monitor über dv verbinden und dann hatte ich ja euch in dem blog gesagt dass eben sobald ich diese dv verbindung hergestellt habe mit den mir zur verfügung gestandenen kabeln und adaptern dass dann partout das wlan komplett weg war das habe ich jetzt tatsächlich gelöst bekommen und ich möchte euch heute eben sagen wie ich das gelöst bekommen habe denn ich habe im prinzip einfach nur noch mal ein bisschen recherchieren beziehungsweise geschaut was es so an adapter und kabeln etc pp gibt und möchte euch hier heute drei vorstellen und ja zum einen sind das dann die zwei die nicht funktioniert haben bei mir kann ich gerne auch unter dem video verlinken als quasi anti kaufempfehlung wenn man so will nein weiß ich nicht ob ich das tue aber ich werde auf jeden fall den verlinken der jetzt bei mir funktioniert hat damit sollte auch klar sein wenn ich das so sage dass dieser monitor jetzt tatsächlich mit dv verbunden ist mit dem mac mini und der untere jetzt so wie es von anfang an auch wollte wir displayport warum ich das ganze überhaupt zu verkabeln wollte liegt einfach daran dass der untere monitor nur zwei anschlüsse hat von den dreien die er insgesamt besitzt die 4k bei 60 hertz beherrschen und so wie es zuletzt verbunden hatte um halt diese wifi probleme zu lösen war es halt so dass ich zwei dieser 4k anschlüsse mit 60 hertz eben blockiert habe und das ist natürlich doof weil ich auf der anderen seite hier meine konsolen habe und deswegen war es ein bisschen doof da muss ich halt immer kabel umstecken etc pp deswegen habe ich mir dann auch doch im nachhinein noch mal die mühe gemacht ein bisschen zu schauen was es dann noch gibt und habe jetzt eine lösung gefunden und die möchte ich euch jetzt präsentieren und deswegen fangen wir jetzt mal mit den produkten an ich habe sie hier neben mir liegen und wir schauen die uns jetzt erstmal nach und dann da an und zwar geht es im grunde um drei verschiedene typen tatsächlich von kabeln respektive adaptern die ich jetzt hier ausprobiert habe und von denen bei mir zumindest jetzt beim mac mini m1 nur eine wirklich funktioniert hat die erste klassische variante ist natürlich ein kabel zu nutzen was ein dv stecker hat und auf der anderen seite einen hdmi stecker da muss ich jetzt natürlich noch hinzufügen dass ich eben genau diese verbindung gewählt habe das heißt von hdmi auf dv und eben nicht was mit sicherheit auch gegangen wäre von usbc auf dv die zweite variante und da bin ich tatsächlich davon ausgegangen dass diese definitiv funktionieren würde ist der offizielle adapter von apple selbst der eben auch und dv richtung hdmi geht das heißt ihr habt das hdmi ende hier in den mac mini gesteckt geht dann hier mit einem herkömmlichen dv kabel in den monitor raus und soviel zur theorie sollte das ganze dann funktionieren zu guter letzt haben wir dann hier das was bei mir tatsächlich funktioniert hat nämlich im grunde das gegenstück zu dem was wir gerade bei dem apple adapter gesehen haben denn hier geht ihr tatsächlich mit dem hdmi kabel in diesen adapter und den steckt er wiederum direkt mit der dv seite hier in den monitor und das hat bei mir funktioniert so ich habe euch die ganzen sachen jetzt mal in der nahaufnahme gezeigt weil ich mir nicht sicher war ob das ganze funktioniert wenn ich aus der ferne zeigen würde und jetzt hier vor die kamera halte ich nehme die sachen aber trotzdem noch mal in die hand also im grunde haben wir hier die erste variante die man nutzen kann um so eine verbindung herzustellen nämlich die direkte kabel variante das heißt ihr geht mit hdmi aus dem mac mini raus und mit dv in den monitor rein so und ich vermute mal bei so einer art verbindung ohne es jetzt genau zu wissen das ist jetzt wirklich laien wissen was ich hier abrufe und auch keine keine gewähr dafür dass das tatsächlich stimmt aber ich vermute mal dass es bei so einem kabel so ist dass das signal ja über die gesamte strecke umgewandelt wird weil wir haben ja zwei verschiedene anschluss typen auch wenn beide digital sind findet ja hier irgendwo eine art von umwandlung statt und ich vermute mal dass diese umwandlung bei dem mac mini gegebenenfalls dazu führt vielleicht auch in kombination mit irgendwelchen usb peripheriegeräten die ich hier ja auch dran habe wie eine externe festplatte den usb hub hier zum beispiel die hängen auch beide am mac mini dass das in kombination zu diesen störungen bei wlan geführt hat denn sobald ich dieses kabel hier benutzt habe war das wifi halt wirklich weg es ist eingebrochen selbst wenn das symbol oben in der menüleiste gesagt hat dass die verbindung noch besteht ist sie einfach nicht zustande gekommen beziehungsweise hat halt nicht mehr funktioniert und wie gesagt ich könnte mir vorstellen dass das daran liegt dass bei so einem kabel wo man ja nicht wirklich klar sieht wo jetzt die umwandlung des signals von hdmi nach dvi stattfindet wenn überhaupt eine stattfindet wie gesagt das sind beides digitale signale findet sie im gesamten kabel stattfindet sie hier ausschließlich oder hier ausschließlich statt ich weiß es nicht aber ich bin davon ausgegangen dass bei so einem kabel ist gegebenenfalls über die ganze strecke hinweg geschieht und das hat auf jeden fall obwohl das hier auch nicht kein günstiges kabel ist ich meine seht es ist eingelassen bzw hier mit nylon eingebunden etc und ich habe es auch behalten weil nicht auszuschließen ist dass dieses kabel zum beispiel bei meinem mac pro 5 1 wenn die den jetzt wiederum von hdmi nach dv verbinden wollen würde es könnte sein dass es damit sogar funktioniert fakt ist mit dem mac mini m1 hat das nicht geklappt viel interessanter fand ich aber tatsächlich dass der hier nicht funktioniert hat hier ist es aber dann wiederum so um jetzt noch mal auf das thema mit dem kabel eben zurück zu kommen dass ich hier vermute na wir haben hier einen kurzen weg von dem hdmi was hier in dem mac steckt hin zu dem zu dem block in dem jetzt hier das normale dvi kabel reinkommt also ein herkömmliches dvi kabel hier wird ja die umwandlung nach meinem verständnis sofort irgendwo hier in dem stück respektive hier drin oder da drin vonstatten gehen und das ist natürlich wenn man jetzt wieder an störsignal etc pp denkt sehr nah am mac mini dran deswegen hat das für mich eigentlich so blöd das klingen mag am meisten sinn gemacht dass das hier nicht funktioniert weil erstens hat es mit meinem alten mac auch nicht geklappt und zweitens ist diese signal umwandlung wenn man so will oder die die umwandlung von hdmi auf dv hier an der stelle findet ja in diesem stück hier definitiv statt weil hier nach kommt er dann normales dvi kabel und da ist keine umwandlung mehr vonnöten das kabel geht wiederum in den monitor und ja deswegen finde ich krass dass der offizielle apple adapter denn das ist wirklich der originale den ihr auch auf der website kaufen könnt finde ich krass dass der tatsächlich nicht funktioniert um eben von hdmi auf dvi zu gehen was ich aber dann als letztes noch ausprobiert habe ich gedacht habe das ist die dritte art von adapter die mir jetzt noch so einfallen würde im vergleich zu den beiden gerade gezeigten ist dann eben das ding hier so und hier ist es ja wirklich so das kann ich euch jetzt nicht wirklich zeigen aber ihr könnt mir ja glauben ich gehe jetzt hier aus dem mac mini mit einem herkömmlichen hdmi kabel raus hier rein in den adapter und dieser teil hier ist im grunde der teil der auch an dem normalen dvi kabel dran ist das heißt der adapter hier das ist jetzt ein zweiter weil die gab es im zweier pack zu kaufen dieser adapter steckt jetzt unmittelbar im monitor an dem dvi port und das kabel was vom monitor aus dem adapter raus dann den mac geht ist halt ein herkömmliches hdmi kabel und wenn man jetzt meine theorie ob sie denn nun stimmt oder nicht ich habe wirklich keine ahnung aber ich teile gerne meine gedanken deswegen könnt ihr mal darunter schreiben ob das sinn ist sinnvoll ist was ich erzähle beziehungsweise ob das eventuell sogar der wahrheit entspricht hier ist es ja auf jeden fall so nach meiner logik zumindest dass die umwandlung definitiv hier in diesem stück stattfinden muss denn hier kommt hdmi rein hier kommt dvi raus und die ganze geschichte darüber hinaus weil es eben so eine art adapter ist findet unmittelbar am monitor selbst oder in dessen nähe statt und eben nicht sofort am mac mini wie das ja bei dem ding hier definitiv wahrscheinlich der fall ist weil es ist im grunde genau das gegenteil hier kommen wir mit hdmi aus dem mac raus aber wandeln das signal direkt hier schon um und gehen dann mit einem herkömmlichen kabel richtung monitor hier machen wir es genau andersrum wir gehen mit dem adapter in den monitor und gehen mit dem hdmi kabel dann zum mac mini und diese art der verbindung die funktioniert tatsächlich ich kann mit diesem adapter hier den mac mini jetzt über hdmi mit meinem dvi port an dem oberen monitor verbinden das ist genau das was ich wollte und ich bin froh dass das funktioniert warum ich das alles wollte habe ich eben gesagt ich werde den hier auf jeden fall mal verlinken dann könnt ihr selber schauen wenn ihr eben auch diese art der verbindung mit eurem mac mini herstellen wollt den hdmi port nutzen wollt um an einen dvi ausgang zu gehen ich weiß dvi ist jetzt auch nicht mehr der aktuellste anschluss aber ich bin mir sicher dass es noch leute gibt die auch monitor benutzen die diesen anschluss noch haben und den auch vielleicht verwenden wollen und solltet ihr da probleme haben oder gehabt haben in kombination mit eurem m1 mac mini dann habe ich euch jetzt an der stelle vielleicht geholfen mir hat es auf jeden fall geholfen die wifi probleme sind weg und um es zum abschluss auch noch mal zu sagen die bluetooth probleme die ich ja auch durchaus hatte und die ich auch erwähnt habe in meinem blog diesen auch eigentlich größtenteils weg ich habe immer wieder mal insbesondere mit der magic maus ein paar kleine hackler und ruckler drin und insbesondere habe ich den eindruck gerade wenn time machine was ich mittlerweile auch wieder eingerichtet habe auf dem mac mini anspringt dass in dem moment wo die platten dann strom ziehen weil sie vorher im standby waren oder so dass in dem moment auch teilweise das bluetooth signal irgendwie gestört wird ich weiß nicht manchmal habe ich den eindruck dass es so ist aber das ist nicht der rede wert ich habe es jetzt wirklich schon sehr lange nicht mehr gehabt dass alle geräte hier also trackpad maus und tastatur zur gleichen zeit ausgefallen oder gar komplett weg gewesen wären was ich ja ganz am anfang durchaus mal hatte mag aber mitunter auch daran liegen dass jetzt auf dem mac mini mittlerweile bixer stand der aufnahme 11.1 drauf ist also das erste etwas größere update würde ich jetzt mal sagen weil am anfang war ja 11.0 vorinstalliert das ist dann relativ früh auf 11.01 gepatcht worden jetzt ist 11.1 drauf ich weiß nicht ob es vielleicht auch da schon behoben wurde könnt ihr mir ja auch mal gerne in die kommentare schreiben wie das bei euch aussieht ob ihr noch bluetooth probleme habt das sollte aber als kleines video gewesen sein zu diesem speziellen thema also zu dieser speziellen problematik die ich mit meinem mac mini bei allem lob erlebt habe ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen eventuell in diesem video da jetzt helfen sofern ihr ähnliche probleme gehabt haben solltet sollte dem so sein würde ich mich freuen wenn ihr einen kommentar schreibt und einfach mal berichtet wie ihr es gegebenenfalls gelöst haben wenn ihr es nicht auch so gelöst habt oder ob ihr vielleicht noch andere probleme habt im zusammenhang mit eurem m1 back mini können wir ja gerne mal in den kommentaren darüber diskutieren ansonsten würde ich mich über feedback jeglicher form zu diesem video freuen und über support jetzt bin ich aber erstmal raus hoffe dass ihr gesund bleibt wir uns beim nächsten video hier auf dem kanal wiedersehen schaltet auch gerne mal bei meinem let's play kanal rein wenn euch das interessieren sollte also sprich wie ein kerl versucht zu zocken und dabei kläglich scheitert ansonsten bleibt gesund das ist das wichtigste nach wie vor wir befinden uns immer noch in einer schwierigen situation und ich hoffe dass ihr euch alle an regeln haltet die es nun mal gibt ich tue das definitiv auch und ja dann werden wir auch gemeinsam durch diese komische zeit durchkommen in diesem sinne ich bin raus euer stefan ciao ciao